Herzlich Willkommen zu unserem Bible Study. Wir haben heute den letzten Brief, den Apostel Paulus in seinem Leben geschrieben hat, den zweiten Timotheusbrief. Und ich habe ihn übertitelt mit Geistliches Vermächtnis für Timotheus. Die Einleitungsfragen will ich bei diesem zweiten Timotheusbrief nur sehr kurz behandeln, denn sie ist sehr ähnlich wie beim ersten Timotheusbrief und da habe ich es ausführlicher besprochen. Also ich werde hier nur die Eckpunkte nennen und wer Näheres wissen will, auch was die Widerlegung von manchen historischen Christensachen betrifft, kann dann sich beim ersten Timotheus da nochmal reinhören. Der Autor, es ist Paulus, nach dem Selbstzeugnis des Briefes, wie wir es im Briefeingang haben, Paulus Apostel Jesu Christi. Wir haben sehr viele Selbstbeschreibungen, wo Paulus etwas über sich aussagt, sehr viele Ichs, die er da verwendet und wir sehen die enge Beziehung zum Timotheus. All das spricht genau für Paulus als Autor. Die Sprache ist durchaus paulinisch und die Theologie ist auch das, was wir von Paulus her kennen. Wir haben eine sehr enge Verbindung zum ersten Timotheusbrief, was natürlich zeigt, dass beide Briefe vom gleichen Autor verfasst sind und diese Idee, dass es nicht Paulus ist, sondern eine Pseudepigraphie, ist entschieden abzulehnen, denn in der Urkirche, in der Urgemeinde hatte das überhaupt keine Chance. Das wurde nicht als ein angemessenes literarisches Stilmittel angesehen, was Wahrheit verbreitet, sondern es wurde als Betrug angesehen und ausgemustert. Auch bei der Kanonbildung später war ganz klar, wenn eine Schrift nicht von dem Verfasser ist, der da drauf steht, dann wird das nicht als wahr angesehen und kam auf keinen Fall in den Kanon aufgenommen worden. Die altkirche Überlieferung ist auch völlig einheitlich, einmütig, dass Paulus diesen Brief geschrieben hat. Diejenigen, die hier einen unbekannten Autor annehmen, machen das vor allem, weil sie denken, es ist unvereinbar mit der Apostelgeschichte, was es aber nicht ist, weil die Passeralbriefe wahrscheinlich in der Zeit spielen, die die Apostelgeschichte gar nicht mehr behandelt, nämlich nach Apostelgeschichte 28. Die Irrlehre soll fortgeschritten sein, aber auch das ist zweifelhaft, denn das ist nicht auszuschließen, dass das schon im ersten Jahrhundert vorliegt, was Paulus hier anprangert. Das ist überhaupt nicht eindeutig. Es fehlen zwar typische Paulus-Themen, aber das erklärt sich allein daher, dass er ja an Mitarbeiter schreibt, die ja mit seinen Themen total vertraut sind und er über andere Dinge schreibt, die er bisher noch nicht so behandelt hat, weil er ja auch an Einzelpersonen, an Mitarbeiter schreibt und nicht an eine Gemeinde. Von daher ist klar, dass andere Themen dran sind. Die linguistischen Argumente zählen mit als stärksten, weil viele Vokabeln vorkommen in den Passeralbriefen, die sonst bei Paulusbriefen nicht vorkommen, manche sogar in den ganzen Neuen Testamenten nicht vorkommen. Daraus schließt man, dass manche Vokabeln vielleicht erst jünger sind, also im zweiten Jahrhundert erst aufgetreten sind, aber das kann man alles nicht beweisen und der Text ist auch viel, viel zu knapp, diese vier Kapitel, um da große Aussagen über linguistische Präferenzen zu machen. Genauso auch mit dem unpaulinischen Stil, der angeblich da sei. Paulus hat eine große Bandbreite, wie er schreiben und sprechen kann. Er hat einen großen Wortschatz und man verändert sich auch im Laufe seines Lebens. Das Thema, das man behandelt, spielt eine Rolle. Jetzt in der Situation, kurz vor seinem Tod, auch das spielt sicherlich eine Rolle auf manche Formulierungen. Also das ist kein unpaulinischer Stil, sondern im Gegenteil, wenn man sich in den Paulusbriefen gut auskennt, wird man immer wieder auch Bezüge finden, aus den Passeralbriefen hin zu den anerkannten Paulusbriefen. Und das Ganze geht ja von der Voraussetzung aus, dass die Pseudoepigraphie allgemein akzeptiert war, als literarisches Stilmittel und von daher überhaupt nicht schlimm. Aber genau das ist zu bezweifeln für die christliche Gemeinde. Auch im Judentum war das nicht gut angesehen. Empfänger ist Timotheus, sehen wir am Briefeingang. Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus. Timotheus wird dann auch immer wieder auch mal direkt angeredet und die Beschreibung, die wir erfahren in diesem letzten Paulusbrief, was wir da über Timotheus selbst erfahren, das stimmt völlig mit dem Profil überein, wie wir das aus anderen Briefen des Paulus kennen. Wenn es ein unbekannter Verfasser ist, der zu einer späteren Zeit lebte als Paulus, dann ist das Ganze fingiert. Dann ist nicht nur der Verfasser fingiert, sondern auch dieser Mitarbeiter, dieser Paulus-Mitarbeiter Timotheus als Adressat ist dann auch fingiert. Also das ist dann alles im Grunde genommen nur Stilmittel, um den Eindruck von apostolischer Autorität zu erwecken, die es aber natürlich nicht hat, wenn der Verfasser nicht der Apostel selbst ist. Die Abfassungszeit ist umstritten. Selbst wenn man den Brief für echt hält, gibt es zwei Möglichkeiten. Es ist völlig klar, dass dieser Brief von den Selbstaussagen her geschrieben ist, kurz vor seiner Hinrichtung. Aber die Frage ist halt, wann wurde Paulus hingerichtet? Wurde er am Ende der ersten römischen Haft hingerichtet? Und manche meinen das. Und dann wäre der Brief etwa im Jahr 62 nach Christus geschrieben. Oder die erste römische Haft endete in seiner Freilassung, wofür es gute Gründe auch gibt, das anzunehmen. Und dann geht man von einer zweiten römischen Haft aus, weil er diesen Brief offenbar aus Rom schreibt. Da gibt es Hinweise im Text selbst und dass er in dieser zweiten römischen Haft dann zu Tode gekommen ist, wie es auf die altkirchliche Tradition und Belieferung sagt, zur Zeit von Kaiser Nero. Etwas 67 nach Christus ist er dann hingerichtet worden. Also das ist ein fünf Jahre Unterschied und es denkt eben damit zusammen, ob er eben nach der ersten römischen Haft starb oder ob er freigelassen wurde. Dann nochmal ein Missionsarbeit betrieb, wo dann auch Pastoralbriefe dann abspielen in dieser Zeit und dann nochmal eingefangen wurde, um dann zu sterben. Diejenigen, die Paulus als Verfasser ablehnen, glauben von vornherein, dass der Brief Anfang des zweiten Jahrhunderts verfasst ist. Also als die Knossizismus schon entwickelter war und die Gemeindestrukturen schon entwickelter waren. Also nach dem Tod des Paulus, aber sicherlich auch dann nach dem ersten Timotheusbrief. Also die Reihenfolge ist klar. Erst der erste Timotheusbrief, dann der zweite Timotheusbrief. Abfallensort ist, wenn die Angaben authentisch sind, tatsächlich Rom. Dann ist Paulus Gefangener in Rom. Wenn der Verfasser nicht Paulus ist, dann weiß man auch überhaupt nicht, wo der geschrieben haben soll. Anlass und Zweck ist der Brief von Paulus. Dann ist es sein geistliches Vermächtnis. Letzte Worte großer Männer, könnte man sagen. Sein geistliches Vermächtnis an Timotheus, angesichts der nahenden Hinrichtung des Paulus. Also er wusste, dass es zum Tode verurteilt ist. Und dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, wann es vollstreckt wird. Und deswegen schreibt er nochmal diesen Brief. Ich bitte ihn auch, dass er nochmal kommt, ihn nochmal besucht vor seinem Ableben. Und er schreibt hier wirklich ein geistliches Vermächtnis an seinen geistlichen Sohn Timotheus. Wenn es fingiert ist, also wenn Pseudepigraphie im Spiel ist, als der Verfasser nicht Paulus ist, sondern der Brief nur abgefasst ist im Namen des Paulus, um Autorität zu verleihen, dann wird dieser Brief betrachtet als eine Hilfestellung für Gemeindeleiter, indem man paulinische Theologie aktualisiert oder das paulinische Denken aktualisiert auf den neuesten Stand bringt, im Blick auf die Herausforderungen der Gegenwart im Beginn des 2. Jahrhunderts und unter Ausnutzung der geistlichen Autorität des Paulus. Aber wie gesagt, die alte Kirche hätte das einfach als Betrug angeschaut. Die Charakteristika des 2. Demotusbriefs sind ein bisschen ähnlich wie beim 1. Demotusbrief. Auch das ist ein pastoraler Mitarbeiterbrief. Also es geht um Gemeindeleitung, ein Hirtenbrief. Pastoral heißt Hirte sein. Also ein Mitarbeiter, der Hirte ist, er soll angeleitet werden. Der Brief ist sachlich und sehr persönlich. Das merkt man auch, dass sehr häufig die 1. oder 2. Person singular gebraucht wird. Also ich oder du, also Paulus oder Demotius. Und da ist sehr, sehr viel, was so direkt an Demotus angesprochen wird und wo Paulus von sich selber Aussagen macht. Und das zeigt, wie sehr ungemein persönlich dieser Brief ist. Wir haben da manchmal kurze Abschnitte von 3, 4 Versen, wo 15 mal ich und 12 mal du vorkommt. Das gibt es hier ohne weiteres. Es werden Themen vertieft, die auch schon im 1. Demotusbrief dran waren. Manche neue Themen oder neue Aspekte kommen aber hinzu. Es geht, wie beim 1. Demotusbrief, auch um Umgang mit Ehrlehrern in der Gemeinde. Das ist nach wie vor ein sehr heißes Eisen in der Gemeinde, in Ephesus. Es geht aber auch um das Leiden um Christi willen. Was jetzt sehr konkret wird, auch die Frage Treue bis zum Tod. In dieser Herausforderung steht ja Paulus selbst. Und er weiß auch, dass auch andere Christen das treffen wird. Von daher ist es wichtig, Bereitschaft zum Haben, zum Leiden und Christi willen, auch Treue bis zum Tod zu zeigen. Und dann hat der Brief natürlich auch verschiedene persönliche Dienstanweisungen an Timotheus. Wie immer in seinen Briefen setzt Paulus, auch wenn er so ermahnende Teile hat, immer wieder auch theologische und christologische Akzente. Das heißt, er baut irgendwelchen Lobpreis Gottes ein oder er baut irgendwelche Aussagen über Christus ein. Das ist ganz typisch für ihn, weil er einfach sein Herz da voll ist von Gott und von Jesus Christus. Und das fließt dann immer wieder auch über. Und es kommt auch an vielen Stellen dritts zu Tage. Selbst wo es jetzt nicht ausgesprochen ein Text eigentlich ist, der jetzt christologische Abhandlung durchführt. Sondern das fließt einfach so manchmal fast unverhofft, unerwartet an manchen Stellen ein. Und das ist ein typisches Kennzeichen von Paulus, dass er immer wieder viel Theologie und Christologie reinpackt. Im ersten Timotheusbrief hat er Glaube und Liebe sehr betont. Und hier in dem Vermächtnis an Timotheus, in dem zweiten Brief, kurz vor seinem Tod, betont er wiederum den Glauben, aber betont nochmal ganz stark Heilige Schrift. Die Bedeutung und den Nutzen der Heilige Schrift. Die Grobklärung, wir haben einen Briefeingang, wieder sehr kurz, auch sehr ähnlich wie der im ersten Timotheusbrief. Dann die Verbundenheit des Timotheus mit Paulus, die ist sehr, sehr eng. Und der Glaube des Timotheus wird herausgestellt und gewürdigt. Dann ermutigt Paulus den Timotheus zu furchtlosen Einsatz für das Evangelium. Timotheus scheint nicht so furchtlos zu sein wie der Paulus, sondern eher ein bisschen ein verzagter Typ oder ein bisschen ängstlicher Typ, der immer wieder auch an der Stelle ein bisschen Ermutigung braucht. Und deswegen bringt Paulus es an verschiedenen Stellen in diesen Timotheusbriefen, dass er ihn ermutigt, auch sich furchtlos einzusetzen für das Evangelium. Dann bringt er ein Beispiel von Onesiphorus, ein christlicher Freund, der ist ein leuchtendes Beispiel für wahre Treue. Dann ermutigt Paulus erneut den Timotheus zur Treue wegen des Evangeliums und auch wegen der Treue Gottes. Also, wenn man sich das Evangelium vor Augen stellt und die Treue Gottes vor Augen stellt, dann verdient beides einfach nur unbedingte Treue unsererseits. Das Thema Irrlehrer ist auch hier wieder sehr aktuell, Umgang mit Irrlehrern und Irrgeführten. Da muss man unterscheiden. Und er beschreibt dann die Menschen am Ende der Zeit. Der Geist sagt deutlich, sagt er, wie am Ende der Zeit die Menschen sein werden. Und das ist eine unglaubliche Beschreibung, die uns wahnsinnig bekannt vorkommt, wenn wir in unser heutiges Jahrhundert hineinschauen. Das Vorbild des Apostels und der Nutzen der Heiligen Schrift ist nochmal ein großer Schwerpunkt im Kapitel 3. Dann das Vermächtnis des Apostels angesichts seiner nahenden Hinrichtung, was er so als die letzten Worte ihm noch mitgibt auf dem Weg. Persönliche Mitteilungen und abschließende Grüße. Hier ist sehr praktisch, technisch. Verschiedene Mitarbeiter werden da genannt. Und ein Segenswunsch. Also der Brief ist deutlich kürzer, nur zwei Drittel vom ersten Demotiusbrief. Und er wird auch hier deutlich kürzer als meine Ausfüllen zum ersten Demotiusbrief. Der Briefeingang, wie ja schon erwähnt, ist sehr ähnlich. Die ersten zwei Verse vom ersten Demotiusbrief und die ersten zwei Verse vom zweiten Demotiusbrief. Und man sieht, dass Paulus einfach ein bisschen variiert. Ich lese mal den Briefeingang vom ersten Demotiusbrief. Paulus, Apostel Jesu Christi, an seinem Mitarbeiter Timotius. Ich schreibe dir als Apostel der. Und genau die gleichen Worte, so beginnt auch der zweite Demotiusbrief. Paulus, Apostel Jesu Christi, an seinem Mitarbeiter Timotius. Ich schreibe dir als Apostel der. Aber dann ist er eine Spezialität, in diesem Briefeingang immer ein bisschen Theologie reinzupacken. Oder Christologie reinzupacken. Und das macht er hier auch. Im ersten Demotiusbrief tut er von Gott, unserem Retter, sprechen und von Jesus Christus, unserer Hoffnung. Nochmal von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Also er packt Theologie und Christologie in die Einleitung. Und im zweiten Demotiusbrief hat er auch Theologie und Christologie hereingepackt. Aber etwas einen anderen Akzent gesetzt oder etwas anders formuliert. Im ersten Demotiusbrief hat er geschrieben, ich schreibe dir als Apostel, der seinen Dienst im Auftrag von Gott, unserem Retter und von Jesus Christus, unserer Hoffnung, ausübt. Im zweiten Demotiusbrief schreibt er, ich schreibe dir als Apostel, der von Gott damit beauftragt ist, das Leben zu verkündigen. Dass Gott selbst uns versprochen hat und dass er uns durch Jesus Christus schenkt. Also das ist typisch, Paulus macht in allen seinen Briefen, im Briefeingang es anreichern, gehaltvoller machen, durch Einflechten von gewisser Theologie und Christologie. Ansonsten wird Empfasser, Paulus, Empfänger, Timotheus und ein Gruß genannt. Und der Gruß ist hier auch etwas variiert. Ich wünsche dir Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Auch das ist ähnlich wie im ersten Brief. Ich wünsche dir Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Es ist nicht nur ähnlich, sondern es ist wortwörtlich gleich. Dann sehen wir die enge Verbundenheit des Timotheus mit Paulus und die Spezialität des Glaubens von Timotheus. Also es hat einen besonderen Glauben, dieser Timotheus. Die enge Verbundenheit, lesen wir in den Versen 3 bis 4. Jedes Mal, wenn ich bete, bei Tag und bei Nacht, war es war ja ein fleißiger Beter, denke ich auch an dich und bin dann immer voll Dank gegenüber Gott, dem ich, wie schon meine Vorfahren, mit reinem Gewissen diene. Und wenn ich daran zurückdenke, wie du vor unserem Abschied geweint hast, sehne ich mich danach, dich wiederzusehen. Was wäre das für eine Freude? Ja, was wäre das für eine Freude? Also diese Verbundenheit ist beidseitig. Paulus und Timotheus sind ganz enge Freunde. Er ist nicht nur Mitarbeiter, sondern auch ein enger Mitarbeiter geistlicher Bruder und geistlicher Sohn, sondern auch solche Freunde. Und deswegen, die Verbundenheit besteht im Gebet, dass er Tag und Nacht, egal wann er betet, er denkt immer auch an Timotheus. Er ist fest verankert auf seiner Gebetsliste. Dann diese emotionale Nähe, dass Timotheus zum Beispiel geweint hat bei seinem Abschied. Also wusste jetzt, sehe ich, Paulus lange nicht mehr. Emotionale Nähe und auch gegenseitige Sehnsucht, dass er, wenn er daran denkt, wie Timotheus geweint hat, wie es ihm schwer war, dass er gehen musste, so hat er selber große Sehnsucht, ihn nochmal zu sehen. Alter ist wirklich eine ganz enge Verbundenheit zwischen Paulus und Timotheus. Und dann unterstreicht Paulus den Glauben des Timotheus und charakterisiert ihn als ungeheuchelt. Und das ist das Wichtige beim Glauben. Frei von jeder Heuchelei. Und da erinnert er sich voller Dankbarkeit an diesen Glauben. Dass es ohne Heuchelei ist, ein richtig echter Glaube. Und es ist dasselbe Glaube, wie der schon bei seiner Großmutter, bei seiner Mutter vorhanden war. Er kam praktisch aus einem halbgläubigen Elternhaus. Seine Mutter war Christ und sein Vater war Grieche und offenbar Heide, der also nicht gläubig war. Aber die Mutter der Großmutter, also seine Großmutter, die war auch gläubig. Und das waren wohl Juden und er hat einen griechischen Vater. Das ist eine Mischehe und die waren auch in der Religion auseinander. Aber so wie seine Großmutter und auch seine Mutter, so ist auch er in diesen Spuren des Glaubens gefolgt. Großes Vorrecht, wenn man eine gläubige Mutter oder eine gläubige Großmutter hat. Das hilft sehr, dann auch zum Glauben zu kommen. Und der Glaube wird noch charakterisiert als lebendig. Auch in dir ist dieser Glaube lebendig. Also nicht einfach nur Kopfglaube, sondern es ist ein lebendiger Glaube, der sich im Alltag zeigt. Paulus ermutzt Timur zu furchtlosem Einsatz für das Evangelium. Entfalte deine Gnadengabe. Das hat er auch schon im ersten Timurusbrief, im Timurus Mut gemacht, die Gabe zu gebrauchen, die Gott ihm gegeben hat. Damals hat er gesagt, dass sie unter Handauflegung und mit prophetischen Worten ihm gegeben wurde. Und jetzt hier nochmal entfaltet die Gnadengabe in Vers 6. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat. Das heißt, eine Gnadengabe. Kann man sie nicht verdienen, freiwillig, und Gott geschenkt. Gott hat auch bestimmte Absicht, weil eine Gabe auch dann immer eine Aufgabe ist. Die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Also hier ist eine Gabenübertragung unter Handauflegung erfolgt. Das kann so passieren, muss aber nicht so passieren. Meistens bekommen die Gaben ohne Handauflegung. Aber hier hat der Apostel Paulus die Hände auf ihn gelegt, wahrscheinlich bevor er ihn dann mitgenommen hat in seinen Dienst. Und in dem Zusammenhang hat Gott auch eine Gabe in ihn hineingelegt. Und lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Gaben müssen auch entfaltet werden. Und das geschieht, indem man sie anwendet. Ja, durch nichts anderes. Man muss die Gabe anwenden, die man hat, und dadurch wird sie zur Entfaltung gebracht. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben. Das war ein bisschen das Problem von Timotheus. Diesmal aus verschiedenen Stellen, dass er ein bisschen ängstlicher, zaghafter Typ war. Nicht so, jetzt komme ich. Sondern er sich so hinten angestellt hat. Ja, also nicht so ein dominanter Typ. Und deswegen sagt ihm, Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben. Sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Aber eben auch der Kraft. Und das ist jetzt für Timotheus eine Ermutigung, wirklich die Gabe auch zu gebrauchen und sich nicht zu scheuen vor den Menschen, was die sagen, wenn er diese Gabe anwendet. Wahrscheinlich war es seelsorgerliche oder Leerbegabung. Wir wissen es nicht wirklich, was es die Gabe war. Aber in diese Richtung scheint es zu gehen, weil das war ja auch sein Auftrag. Weil Gott ihm uns allen den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben hat, deswegen sagt er, bekenne dich daher auch ohne Scheu zu unserem Herrn. Also Mut zum Bekenntnis, zum öffentlichen Zeugnis, dass man sich auf die Seite Jesus stellt. Und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen. Also offenbar gab es Leute, die sich geschämt haben, sich zu Paulus zu stellen. Er war ein Gefangener jetzt und so. Aber er soll sich nicht schämen, sich zu Paulus zu stellen. Und ohne Scheu soll er sich zu Christus bekennen, zum Herrn bekennen. Aber er soll sich nicht schämen, sich jetzt zu Paulus zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Sagt er, ja, ich bin Gefangener, bin Gefängnisinsasse. Knastbruder. Aber um Christi Willen, nicht weil ich Verbrechen begangen habe. Ja, um Christi Willen, um Seinet Willen leide ich, um das Evangeliums Willen. Und deswegen sagt er, sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Ja, denn das gehört dazu. Gottesfürchtiges Leben, Dienst am Evangelium, da ist auch immer ein bisschen Leiden für das Evangelium mit reingemischt. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Er ist es ja auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistung verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Typisch paulinisches Thema. Ja, Rettung allein durch Gnade, weil er uns rettet, weil er uns berufen hat, nicht weil wir Leistung vollbracht haben. Ganz wichtiges, typisch paulinisches Thema. Aufgrund seines freien Entschlusses, aufgrund seiner Gnade. Schon vor aller Zeit, vor aller Zeit war es ein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Also Gnade ist das, ein großes paulinisches Thema, finden wir auch hier. Und bekenne dich zu Christus und zu mir, denn unser Retter, der uns begnadigt hat, der hat den Tod entmachtet. Deswegen brauchen wir den Tod auch nicht mehr fürchten. Und das kommt jetzt hier in Vers 10 zum Ausdruck. Und das ist jetzt, wo Jesus Christus in dieser Welt erschienen ist, Wirklichkeit geworden. Er ist unser Retter. Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet. Diese Qualität Jesu, dass er den Tod entmachtet hat, macht hier einen ganz besonderen tiefen Sinn, weil er im Zusammenhang von Leidensbereitschaft steht, zu leiden. Und Paulus, der selber den Tod vor Augen hat, der muss sich umso mehr vor Augen stellen, dass Jesus den Tod entmachtet hat. Deswegen wird das hier so angesprochen in Vers 10. Er hat den Tod entmachtet und hat das Leben gebracht, das unvergänglich ist, so sagt es das Evangelium. Das ist ja der große Schatz des Evangeliums, dass der Tod besiegt ist, dass ewiges Leben ans Licht gebracht worden ist durch Jesus Christus. Und deswegen, weil das so ist, weil der Tod entmachtet ist, und weil das ewige Leben, das unvergänglich ist, ans Licht gebracht ist, und wir Anteil haben durch den Glauben, deswegen kann der Apostel auch sehr gelassen sein, trotz all der Schande seiner Leiden. Diese Gelassenheit sehen wir deutlich in Vers 11 und 12. Und mich hat Gott als verkündiger Apostel und Lehrer eingesetzt, um diese Botschaft bekannt zu machen. Das ist aber auch der Grund dafür, dass ich so viel erleiden muss. Doch trotz der Schande, die damit verbunden ist, verliere ich nicht den Mut. Ich verliere nicht den Mut. Warum verliere ich nicht den Mut? Denn ich kenne den, auf den ich mein Vertrauen gesetzt habe. Er kennt Gott. Er kennt Jesus Christus. Und deswegen ist er nicht mutlos. Im Gefängnis, auch in dem Leiden. Er weiß, wem er vertraut hat. Und ich bin überzeugt, dass er die Macht, das mir anvertraute gut, unversehrt bis zu jenem Tag zu bewahren, an dem Jesus Christus wiederkommt. All das Gut, was er ihm anvertraut hat, das Evangelium, dass Gott das bewahren wird, dass es nicht untergehen wird, dass es nicht so verfälscht wird, dass er es nicht mehr erkennt. Und dass das Evangelium, was ihm gegeben worden ist, was er unter die Völker gebracht hat, dass das bewahrt bleibt bis zur Wiederkunft Jesu. Und das ist ja tatsächlich auch der Fall. Überall wird das Wort Gottes auch treu verkündigt. Orientiere deine Verkündigung an meiner und bewahre das dir anvertraute Gut. Jeder hat ein bisschen eine andere Aufgabe. Orientiere deine Verkündigung an meiner. Nimm dir da ein Beispiel an mir, auch an meiner Verkündigung. Das kannst du als Maßstab nehmen. Die Verkündigung des Paulus als Maßstab für die eigene Verkündigung. Sehr gut. Lass dir die gesunde Botschaft, die du von mir gehört hast, als Maßstab für deine eigene Verkündigung dienen. Gut, an die Lehrer zu gedenken, denen man das verdankt, was man heute weiß, die einen hineingeführt haben ins Wort Gottes, das Wort einem ausgelegt haben. Da verdankt man anderen etwas, von denen man gelernt hat. Und das soll man dann bewahren und auch als Maßstab nehmen für die eigene Verkündigung. Lass dir die gesunde Botschaft, die du von mir gehört hast, als Maßstab für deine eigene Verkündigung dienen. und tritt für sie mit dem Glauben und der Liebe ein. Wieder Glaube und Liebe, typisch für diese Wendung, typisch für den 1. und 2. Timotheusbrief. Glauben und Liebe, die uns durch Jesus Christus geschenkt sind. Also orientiere deine Verkündigung an meine und bewahre das dir anvertraute Gut. Bewahre, Vers 14, dieses kostbare Gut, das dir anvertraut worden ist, mit aller Sorgfalt. Mit Hilfe des Heiligen Geistes, in dem in uns wohnt, wird es dir gelingen. Also, der Geist Gottes unterstützt uns auch, dann das anvertraute Gut, das, was Gott uns auch an Erkenntnis gegeben hat, zu bewahren. Dann kommt er auf Onesiphorus zu sprechen, als ein leuchtendes Beispiel für wahre Treue. Ein kurzer Abschnitt, wir lesen nirgend sonst was in der Bibel über Onesiphorus, aber diese Verse sind sehr aufschlussreich und zeichnen ein sehr schönes Bild von Onesiphorus. Du weißt, dass alle Gläubigen der Provinz Asien mich im Stich gelassen haben. Ein ganz harter Satz. Auch für Gilius und Hermogenes. Nur Onesiphorus hat Treu zu mir gehalten. Möge seine Familie die Barmherzigkeit des Herrn erfahren, denn er hat mich oft ermutigt und hat sich nicht geschämt, zu mir zu stehen. Das, was Paulus gerade in Themotius gesagt hat, schäme dich nicht, dich zu mir zu stellen. Das hat Onesiphorus schon vorgelebt. Er hat sich nicht geschämt, zu Paulus zu stehen, obwohl ich ein Gefangener bin und in Ketten liege. Im Gegenteil. Sobald er in Rom war, suchte er nach mir und er gab nicht auf, bis er mich gefunden hatte. Wenn er an jenem großen Tag vor dem Herrn steht, möge dieser ihm sein Erbarmen schenken. Und wie viele Dienste er den gläubigen Ephesus erwiesen hat, weißt du selbst am besten. Dann sehen wir in Sandra Abschritt über den Onesiphorus und wir sehen da drei Punkte. Einmal enttäuschendes Verhalten der Christen der Provinz Asia. Es ist nicht ganz klar, wie das wirklich zu verstehen ist. Meint er, dass tatsächlich die ganzen Gemeinden in Asien, also in der kleinen Asia der heutigen Westtürkei, dass die sich von Paulus distanziert haben und nichts mehr mit ihm zu tun haben wollten. Man könnte das so verstehen. Manche verstehen das auch so. Also, dass vor allem die Verantwortlichen der Gemeinden der Provinz Asia auf Distanz zu Paulus gegangen sind. Warum auch immer. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass Paulus jetzt von den Leuten in seinem Umfeld spricht, die aus der Gegend kommen, wo die Mutis jetzt ist. Aus der Provinz Asia. Die Mutis ist in Ephesus, eine wichtige Städte in der Provinz Asia. Und dass die Leute, die praktisch aus seinem Umfeld auch kommen, dass die ihn im Stich gelassen haben. Das ist auch möglich. Also, alle Gläubigen aus der Provinz Asia sind, die zurzeit zusammen mit Paulus in Rom sind, die haben sich distanziert. Dann werden es nicht ganz so viele. Und nicht ganz so gravierend. Aber trotzdem ist es enttäuschend. Und als Mitarbeiter Gottes wirst du auch von gläubigen Leuten enttäuscht werden. Das ist leider so. Das ist ein Stück Realität. Und damit muss man umgehen können, leben können. Und Enttäuschung. Aber es gibt dann immer wieder auch Ausnahmen. Dann nicht nur auf die schauen, die einen enttäuscht haben, sondern auch auf die schauen, die positiv sind. Und dazu gehört Onesiphorus. Offensichtlich ist auch er einer aus der Provinz Asien. Du weißt, dass alle Gläubigen der Provinz Asien mich im Stich gelassen haben, auch für Gelos und Hermogenes. Russenreiter werden hier genannt. Nur Onesiphorus hat toll zu mir gehalten. Also, leicht meint es einige Leute aus der Provinz Asia im Umfeld des Paulus in Rom, die alle ihn enttäuscht haben, im Stich gelassen haben. Aber einer war anders, nämlich der Onesiphorus, der auch aus der Provinz Asia war. Und was hat er gemacht? Worin zeigt sich das, dass er ihn nicht im Stich gelassen hat? Denn er hat mich oft ermutigt und hat sich nicht geschämt, zu mir zu stehen. Hat ihn ermutigt, wahrscheinlich auch, indem er ihn besucht hat, mit ihm gesprochen hat. Obwohl ich ein Gefangener bin und in Ketten liege. Hat sich nicht geschämt, ihn zu besuchen im Gefängnis und mit ihm zu reden, ihn zu ermutigen. Im Gegenteil, sobald er in Rom war, suchte er nach mir und er gab nicht auf, bis er mich gefunden hatte. Also er hat, vielleicht ist er geschäftlich nach Rom gekommen, vielleicht war er ein Geschäftsmann, wir wissen es nicht. Er kam nach Rom, was wollte er machen? Er wollte einen Paulus besuchen, ihn ermutigen. Er wusste, dass er da irgendwo im Gefängnis ist. Und hat er nicht gleich herausgefunden, wo er ist. Und hat Mühe darauf verwendet, ihn wirklich zu finden. Und das zeigt schon mal diese Treue, dass er nicht gleich aufgibt, sondern wirklich alles dran sitzt, ihn zu finden. Und schlussendlich hat er ihn auch gefunden. Und hat ihn dann besucht. Wie Paulus hier von Onesiphorus spricht, deutet wahrscheinlich darauf hin, dass er nicht mehr am Leben ist, der Onesiphorus. Denn es heißt in Vers 16, möge seine Familie die Barmherzigkeit des Herrn erfahren. Warum sagt er das nicht, möge Onesiphorus die Barmherzigkeit des Herrn erfahren? Warum sagt er, möge seine Familie die Barmherzigkeit des Herrn erfahren? Und dann sagt er noch am letzten Vers, Vers 18, wenn er, also Onesiphorus, wenn er an jenem großen Tag vor dem Herrn steht, möge diese ihm sein Erbarmen schenken. Auch das scheint Hinweis zu sein, dass er nicht mehr lebt, sondern dass er aber noch einen großen Auftritt haben wird, nämlich dann vor dem Herrn am Gerichtstage, wenn er vor dem Richter Schulchristi offenbar wird, und alles, was er getan hat, bei Leibes Leben auch das Gute, was er dem Paulus getan hat, offenbar wird, möge dieser ihm sein Erbarmen schenken, wenn er dann am großen, jenen großen Tag vor dem Herrn steht, also vor Gericht Gottes steht, was er Erbarmen Gottes erfährt. Wie viel Dienste er den gläubigen Ephesus erwiesen hat, weißt du selbst am besten, das ist eben auch Vergangenheit hier, es sieht so aus, als Onesiphorus gestorben ist. Aber er ist ein leuchtendes Vorbild in seiner Treue gegenüber Paulus. Paulus ermutigt Himotius zur Treue wegen des Evangeliums und der Treue Gottes. Also das Stichwort Treue war ja gerade Thema hier. Die einen, die ihn im Stich gelassen haben, also untreu waren, aber Onesiphorus, der treu zu ihm gehalten hat. Und jetzt geht Paulus weiter mit diesem Thema und wendet es auch auf Timotheus an. Timotheus, mein lieber Sohn, lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Ja, Kraft durch Gnade. Ja, also man muss immer wieder auch Gott im Gebet suchen, sich bei ihm Kraft holen, im Wort Gottes studieren. Das sind Kraftquellen und das ist Gnade. Es ist nicht unsere Leistung. Es ist nicht unser Verdienst. Es ist nicht unsere Kraft, die da wirklich durchträgt. Sondern wir brauchen immer wieder neu Gnade, dass Gott uns Kraft schenkt. Lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben. Also immer von Gott her die Kraft geben lassen für alle Aufgaben. Und eine der Aufgaben, die er hat, ist auch für Multiplikation zu sorgen. Nicht nur, dass er selber Seelsorge betreibt, dass er selber lehrt und das Wort Gottes vorliest, sondern, und das ist extrem wichtig, dass er Leute in der Gemeinde anleitet, dass die genau das machen. Dass die die Botschaft, die er verkündigt, auch weitergeben können. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit, die von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Das ist Jüngerschaft, das ist Thema Ausbildung für den geistlichen Dienst, Ausbildung als Prediger. Es sind Leute, die hier vertrauenswürdig sind und als zuverlässige Menschen bekannt sind. Man kann nicht jeden dafür nehmen, sonst müssen es zuverlässige, vertrauenswürdige Leute sein, die fähig sind, auch andere zu lehren. Die müssen auch ein bisschen was auf dem Kasten haben. Die müssen auch ein bisschen mehr Wissen und mehr drauf haben als andere, um dann andere zu unterweisen, die lehrfähig sind, die andere unterweisen können. Das ist nicht jedem gegeben, natürlich. Das ist auch eine Gabe, eine Geistesgabe Gottes, aber es gibt auch Lehrbegabungen natürlich jenseits davon. Es gibt ja auch in der Welt Menschen, die sehr gut lehren können, sehr gute Lehrer sind. Das ist eine Gabe. Und solche Leute, die fähig sind, andere zu lehren, die sollen unterwiesen werden, damit sie dann genau das tun, wozu sie auch fähig sind, aber dass sie dann das Richtige lehren, nämlich die Botschaft, die er von Paulus gehört hat. Die Botschaft, die Paulus gebetet hat, soll über Timotheus jetzt an die nächste Generation weitergegeben werden. Das ist ganz wichtig. Von Generation zu Generation muss das Evangelium, so wie Paulus es verkündigt hat, weitergegeben werden. Und dann nimmt er drei Bilder für einen Prediger, die geistliche Wahrheiten ausdrücken, was es beim Berichtamt auf sich hat. Das Bild Soldat, Sportler und Bauer. Und jedes Bild hat so eine besondere Pointe oder Bedeutung. Und das arbeitet Paulus hier heraus und sagt dann auch, denkt drüber nach, macht dir da Gedanken. Sollst du nicht nur mal kurz zur Kenntnis nehmen, sondern darüber muss man nachdenken, das auf sich wirken lassen. Will ich darüber intensiv meditieren, auch was heißt es, ein Soldat Christi zu sein? Was heißt es, als Sportler in einem Wettkampf zu stehen? Was heißt es, als geistlicher Bauer das Feld zu bestellen? Was heißt das? Da muss man ein bisschen drüber nachdenken. Und dann wird Gott einem dann auch viele Dinge zeigen, die bis dann auch relevant für einen persönlich sind. Er sagt hier, sei als ein guter Soldat Jesu Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Aber dieses Thema, zu leiden für das Evangelium, das sieht sich wie ein roter Faden durch den zweiten Timotheusbrief. Und es gehört zu seinem Vermächtnis. Sei bereit, für das Evangelium zu leiden. Das ist völlig entgegen unserer normalen Natur. Kein Mensch will leiden. Wir machen ganz viel, um Leiden zu vermeiden. Aber im Christenleben geht es darum, auch bereit zu sein, vor allem, wenn man noch an vorderster Front steht, in der Verkündigung, bereit zu sein, auch für das Evangelium zu leiden. Und deswegen auch das Bild vom Soldaten. Es geht um Krieg. Es ist keine Spielwiese. Es ist ein großer Kampf. Es geht auf Leben und Tod, ewigen Tod. sei ein guter Soldat, Jesu Christi, bereit, zusammen mit mir, bis nicht allein, mit mir für das Evangelium zu leiden. Und dann bringt er einen Aspekt des Soldaten, der jetzt auch für Timotheus eine Hilfestellung sein kann. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Also als Soldat, Soldat musst du ganz Soldat sein. Du kannst ja nicht sagen, ach, jetzt bin ich mal nicht Soldat und gehe mein Hobby wieder nach. Oder ziehe ich mich zurück und lese, bringe Zeit für mich und so. Als Soldat hast du dich praktisch voll verschrieben für die Aufgabe. Und du bist jetzt voll unter der Verfügungsgewalt dessen, dem du dich verpflichtet hast. Und so ist auch Timotheus nicht mehr Herr seiner selbst, sondern er hat sich als Soldat Christus zur Verfügung gestellt, verschrieben und kann von daher von Christus jederzeit eingesetzt werden, wo er das will. Er kann abgezogen werden, wenn Jesus das will. Er kann an neue Aufgaben gestellt werden. Er muss ständig bereit sein, als Soldat zu kämpfen für das Evangelium, für Gott, für Jesus Christus. Soldat, Fokussierung. Da ist nicht so viel Freizeitgestaltung oder so, sondern keine Ablenkung, Konzentration auf die Aufgabe, damit der, der mich angeworben hat, bei dem ich in Solz stehe, dass der auch zufrieden ist. Da geht es nicht um meinen Willen, da geht es um den Willen dessen, für den ich kämpfe, Jesus Christus. Das zweite Bild, das Bild vom Sportler, sagt, ist ja in der Welt schon so, kein Sportler, der in einem Wettkampf teilnimmt, kann den Siegesgangs bekommen, wenn er nicht den Regeln entsprechend kämpft. Also er muss regelkonform kämpfen, sonst wirst du disqualifiziert. Und auch als Christ musst du den Regeln gemäß, den geistlichen Regeln gemäß agieren. Du kannst dich da mit weltlichen Methoden oder sowas bewegen, sondern musst auch geistliche Arbeit mit geistlichen Methoden machen, also sich an die Regeln halten und auch die Disziplin, die natürlich erforderlich ist, um einen Wettkampf zu bestehen. Und wer darf als erster vom Ertrag der Ernte essen, ist es nicht der Bauer, der die schwere Feldarbeit verrichtet. Also der Bauer hat Knochenarbeit zu leisten, schwere Feldarbeit, es ist wirklich ein Knochenjob, bei Wind und Wetter da draußen zu sein und seine Arbeit zu machen. Und ohne diese Knochenarbeit wird auch kein Ertrag stattfinden. Aber der Lohn ist dann, dass er, der diese Knochenarbeit geleistet hat, dann auch der Erste sein darf, der von dem Ertrag der Ernte ist, der davon profitiert. Und das ist auch ein Aspekt für den Prediger, dass er harte Arbeit leisten muss. Es ist harte Arbeit, viel Fleiß, aber dass er von Gott auch belohnt wird und auch mit als Erster immer den Genuss hat. Wenn du zum Beispiel eine Prächt vorbereitest, wenn du das richtig machst, harte Arbeit, aber du selber wirst reich beschenkt durch deine Vorbereitung. Bist du als Erster, der davon genießt, bevor es die anderen überhaupt hören. Und das sind so Dinge, die Paulus hier anspricht und sagt, denk da drüber nach. Diese Bilder, der Soldat, der Sportler, der Bauer, das hat auch uns als Christen was zu sagen, als Prediger was zu sagen. Strenge Ausrichtung auf Christus. Wichtige deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus, auf ihn, der von den Toten auferstanden ist. Auch wieder über den Tod hinaus. Keine Angst vor dem Tod, Jesus ist von den Toten auferstanden. Strenge Ausrichtung auf Christus. Leiden und Evangelium. Er sagt, Präge kann man fesseln. das Evangelium nicht. Er ist gefesselt im Gefängnis, aber das Evangelium, das kannst du nicht einsperren. Und Paulus nimmt das Leiden gerne in Kauf wegen der Wichtigkeit des Evangeliums. wegen der Wichtigkeit des Evangeliums. Das wird sehr deutlich in Vers 10. Deshalb nehme ich, dass alles auf mich, ich ertrage es für die, die Gott erwählt hat, weil ich möchte, dass auf sie durch Jesus Christus gerettet werden und an der herrlichen, ewigen Herrlichkeit teilhaben. Aber das ist ja die Kraft des Evangeliums, dass Menschen zum Glauben kommen, dass sie gerettet werden durch Jesus Christus, dass sie an der Herrlichkeit, an der ewigen Herrlichkeit teilhaben. und das ist ja seine Aufgabe, dieses Evangelium auszustreuen und um derer Willen, die Gott erwählt hat, zum Glauben kommen werden. Und dafür nimmt er Leiden auch bewusst in Kauf. Das ist es ihm wert. Das ist es mir wert, um derer Willen, die noch gerettet werden durch meinen Dienst am Evangelium. Und ein weiterer Grund für die Treue, das Oberthema ist ja die Modus zur Treue zu ermutigen, auch wegen des Evangeliums und der Treue Gottes. Jetzt kommt er noch, sagt er, das Evangelium ist absolut verlässlich und auch die Treue Gottes ist absolut verlässlich. Und er stellt so Paare auf in Vers 11 bis 13. Es heißt ja, und auf dieses Wort ist Verlass, er greift hier wahrscheinlich wieder so einen Spruch auf, der so denkig ist in den Gemeinden. Das findet sich auch, diese Redewendung, es heißt ja, darauf ist Verlass, findet sich auch im ersten Demotusbrief. Gibt es starke Berührungspunkte in Formulierungen hier. Es heißt ja, und darauf dieses Wort ist Verlass, wenn wir mit ihm gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Also, mitsterben mit Christus, dann werden wir auch mit leben. Also, mit Vereinigten seinem Tod und seinem Kreuz und seiner Auferstehung. Wir werden identifiziert in seinem Tod und in seiner Auferstehung. Wenn wir mit seinem Tod identifiziert sind, dann werden wir auch mit ihm leben. Das heißt, die Auferstehung ist absolut gewiss. Zweite, was er sagt, ist, wenn wir standhaft durchhalten, ausharren bis ans Ende, sagt Jesus mal. Wenn wir standhaft durchhalten, werden wir mit ihm herrschen. Alter, dann gibt es auch den vollen Lohn. Wir werden mit ihm herrschen. Wenn wir durchhalten. Wir müssen jetzt durchhalten, aber dann kommt auch das Herrschen. Andererseits gilt, wenn wir uns aber von ihm abwenden, wird er sich von uns abwenden. Also, wenn wir Gott an den Rücken kehren, dann wird er auch uns laufen lassen. Das heißt, es ist noch nicht zwingend, dass wir verloren gehen, aber dann lässt er uns halt auch dann abirren, weggehen. Ja, wenn wir uns abwenden, wendet er sich auch uns ab. Naht euch zu Gott, so nahe er sich zu euch. Wenn er euch von Gott abwendet, wendet er sich ab. Dann hörst du seinen Reden nicht mehr, du merkst nicht mehr so, dass er da ist, wie das sonst der Fall ist, wenn du wirklich mit ihm lebst. Ja, und dann gewöhnst du dich daran, dass Gott nicht so präsent ist in deinem Leben. Er hat sich etwas zurückgezogen, so wie Gott sich zeitweise auch von Israel zurückgezogen hat. Aber, und das ist jetzt die die Pointe wahrscheinlich, der Vers 13, er wird sich abwenden und doch hebt unsere Untreue, wenn du dich abwendest, das ist eine Art von Untreue, und doch hebt unsere Untreue seine Treue nicht auf. Auch wie mit dem Volk Israel. Das ist Volk Israel das untreu geworden und doch ist Gott diesem Volk treu geblieben und bleibt ihm treu. Ja, trotz der Untreue. und das ist auch mit Christen so, wenn Christen mal abirren, sich abwenden, ihre Untreue hebt die Treue Gottes nicht auf. Gott bleibt treu. In dieser Partnerschaft, in dieser Ehe mit Gott, in diesem Bund mit Gott, er bleibt treu, auch wenn wir manchmal unseren Teil dann nicht erfüllen. Soll es uns natürlich jetzt nicht ermutigen, treulos zu sein, aber er soll uns einfach so dankbar machen für die Treue Gottes und dadurch auch motivieren, dass wir selbst Gott treu sind. Also wegen dieser Wichtigkeit des Evangeliums, dass es Menschen retten kann, deswegen sollen wir treu bleiben und weil auch Gott unendlich treu ist, ja sogar unsere Untreue seine Treue nicht aufhebt. Warum? Er kann sich selbst nicht untreu werden. Treue ist ein Wesenszug Gottes. Gott kann sich nicht verleugnen, er kann nicht gegen seine Natur handeln. Er ist von Natur aus treu, ja, nicht ein treuloser Gott, sondern er ist ein treuer Gott, eine ganz wichtige Eigenschaft Gottes und er kann nicht gegen diese, seine Natur handeln, treu zu sein und wenn er etwas dir versprochen hat, dann hält er es auch und wenn er mit dir einen Bund gemacht hat und dir den Geist gegeben hat, dann ist er hier in Vorleistung gegangen und er steht dazu, ja und so wie Israels Untreue die Treue Gottes zu Israel nicht aufgehoben hat, so ist auch hier ein Hoffnungsschimmer, aber das soll uns nicht vor dem Ernst der Sache jetzt ablenken, dass wenn wir uns wirklich abwenden von Gott, dass er sich dann auch von uns abwendet. Wir werden Schaden leiden, ja. Es wird manche geben, die errettet werden, so gerade durchs Feuer hindurch, wo alles verbrennt, was sie getan haben, weil sie nicht in der engen Gemeinschaft mit Gott gelebt haben, als Christen und es wird alles verbrennen, was sie gemacht haben. Sie werden gerade so ihr Leben dahin retten, gerade gerettet sein, aber es geht darum, vollen Lohn zu empfangen. Also, wir werden mitleben, werden auch mitherrschen, wenn wir durchhalten, wenn wir uns abwenden, wird er sich auch zurückziehen und trotz alledem wird seine Treue bleiben uns gegenüber, auch unsere Untreue wird seine Treue nicht vernichten. Umgang mit Irrlehrern und Irrgeführten, keine Diskussion um Wortglaubereien. Es gibt einfach bestimmte Themen, wo man einfach sich raushalten soll und sagt, das hat überhaupt keinen Sinn, jetzt darüber zu diskutieren. Ja, es ist Zeitverschwendung. Aber da müssen wir auch Weisheit haben, wo ist es wichtig zu argumentieren und wo ist es wichtig, einfach nur einen Riegel vorzuschieben und sagen, nein, Schluss aus, darüber diskutiere ich nicht. Und es gibt Sachen, so sagt Paulus hier, erinnere die Verantwortung der Gemeinde immer wieder an diese Dinge, schärfe ihn vor Gott ein, sich nicht in Diskussion einzulassen, bei denen nur um Worte gestritten wird, denn es hat keinerlei positive Ausführung, lässt nur verwirrte Zuhörer zurück. Also bei so Wortglaubereien, wo nur um Worte gestritten wird, lohnt die Diskussion nicht, das ist dunkel Schaden anrichten, bringt nichts. Gib selbst die Botschaft unverfälscht weiter, das ist viel wichtiger, da da um Wortglaubereien zu streiten, sei positiv und mach positive Statements. Gib die Botschaft weiter und zwar richtig, unverfälscht, das hat dann seine Wirkung, ja. Das ist die beste Antwort auf ihr Lehre, die richtige Lehre zu entfalten. Meide ehrfurchtsloses Geschwätz a la Hymenäus und Philitus. Und das werden wieder zwei mit Namen genannt, die wir sonst in der Bibel nicht kennen, ja. In Kapitel 2, Vers 16. Geht im ehrfurchtslosen Geschwätz jener Leute aus dem Weg, die alles heilige in den Schmutz ziehen. Irgendwie das lächerlich machen oder heilige in den Schmutz ziehen. Solche Menschen werden immer tiefer in der Gottlosigkeit versinken. Ja. Also das hat so ein abschließliches Gefälle. Es wird dann eher schlimmer mit solchen Leuten. Sie, wenn sie sich so abwenden und dann das Heilige in den Schmutz ziehen, dann werden sie noch immer tiefer in der Gottlosigkeit versinken. Und was sie lehren, wird wie ein Krebsgeschwür um sich fressen. Sehr bedauerlich, ja, dass es um sich frisst. Man muss sich dann fernhalten davon, abgrenzen. Und zu ihnen gehören Hymenaeus und Philidus, die sich weit von der Wahrheit entfernt haben. So weit haben sie sich von der Wahrheit entfernt, dass sie eine Behauptung aufstellen, die eigentlich unglaublich ist, wie ein Christ eine solche Behauptung aufstellen kann. Und zwar die Behauptung, die Auferstehung sei schon geschehen. Es gibt keine zukünftige leibliche Auferstehung, sondern wir sind schon geistlich auferstanden. Und das war's dann. Ja. Das ist eine Irrlehre. Es gibt eine leibliche Auferstehung nach diesem Leben. Und die Auferstehung der Tod ist noch nicht geschehen. Die geschieht erst im Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu. Ja. Also eine ganz glatte Irrlehre, aber die dann natürlich die Leute verwirrt und die damit den Glauben manchen Menschen sogar zerstören. Ja. Kann wie ein Krebs um sich fressen. Ja. Und so Irrlehre haben oft die Tendenz, immer, immer weiter in die Irrlehre abzutriften, immer tiefer, immer weiter wegzukommen und immer chaotischere Sachen zu behaupten. Und das soll man einfach meiden. Ehrfurchslos Geschwätz à la Hymenaeus und Phileadus. Gottes Fundament steht und hat dieses Siegel, heißt es bei Luther, doch Gott hat ein sicheres Fundament gelegt, das natürlich nicht zerschüttet werden kann. Und woran erkennen wir jetzt die Gläubigen? Wenn sogar solche Leute wie Hymenaeus und Phileadus in der Gemeinde unterwegs sind. Und das ist ein wichtiger Grundsatz, der jetzt gesagt wird, wir können gar nicht immer genau feststellen, ob das jetzt ein Kind Gottes ist oder nicht ein Kind Gottes ist. Das ist für uns nicht objektiv feststellbar. Aber Gott weiß es und das ist das Erste, was uns da Gelassenheit gibt und Sicherheit gibt. Der Herr kennt die, die ihm gehören. Gott weiß, Gott weiß, wer zu ihm gehört. Ja, egal was Leute von sich geben. Wir können manchmal nicht wissen, ist das Christ oder ist das noch Christ, ist das kein Christ oder so. Wir können da nicht reinschauen und es immer abschließend beurteilen. Aber Gott kann es beurteilen. Gott kennt seine Leute. Und das ist eigentlich schon mal ein Trost. Aber es gibt auch was Objektives und das ist etwas, das auch sichtbar wird und was man auch feststellen kann und wonach man gehen kann. So ein bisschen an den Früchten wird es sie erkennen. Nämlich, dass die, die wirklich Gottesleute sind, dass sich das auch irgendwo zeigt in ihrem Leben und zwar Leute, die Gottesleute sind, die gehen einfach naturgemäß instinktiv auf Distanz zu Unrecht. Und so ist das, wie es hier heißt. Der Herr kennt die, die ihm gehören und wer sich zum Herrn bekennt, trenne sich von allem, was Unrecht ist. Also Unrecht ist Handeln und Christsein, das passt nicht zusammen. Und wenn da Irrlehrer sind, die irgendwie was sagen, wo man es nicht weiß, sind das Christen, sind das Nicht-Christen oder ja, schau das Leben an. Stehen sie auf Distanz zu unrechten Dingen oder praktizieren sie Dinge, die Unrecht sind. Da ist was Objektives dran. Gottes Leute sind auf Distanz zu Unrecht. Und er sagt, es gibt in dem Haushalt und auch in der Gemeinde, es gibt ehrenvolle und unehrenvolle Gefäße. Und es gibt halt solche und solche. Und Gott hat, macht also seinen Zweck, in einem großen Haushalt gibt es nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern solche aus Holz und Ton. Die einen sind für ehrenvolle Anlässe bestimmt, die anderen dienen weniger ehrenvollen Zwecken. Ganz normales Bild aus dem Haushalt eben. Wenn sich jemand von Menschen fernhält, die einem Gefäß mit unreinem Inhalt gleichen, also Menschen, gerade jetzt auf so Irrlehrer, es gleicht einem Gefäß mit unreinem Inhalt. Und da sollte man sich dann fernhalten. Wenn sich jemand von Menschen fernhält, die einem Gefäß mit unreinem Inhalt gleichen, wird er ein Gefäß sein, das ehrenvollen Zwecken dient. Wenn sich dagegen solchen Gefäßen einlässt und Umgang hast mit denen, dann färbt doch immer irgendwas auf dich ab und du wirst auch unrein. Ja. 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 Wenn sich jemand von Menschen fernhält, die einem Gefäß mit unreinem Inhalt gleichen, wird er ein Gefäß sein, das ehrenvollen Zwecken dient. Er steht Gott zur Verfügung und ist ihm, dem Hausern nützlich, bereit, all das Gute zu tun, das diesem aufträgt. Also es geht darum, sei du ein Gefäß für Gott, das Gott zur Ehre gereicht. Ja, wodurch Gott geehrt wird und wo er, dass du ein ehrenvolles Gefäß bist, ein Gefäß für ehrenvolle Aufgaben. Als junger Mensch ist er natürlich herausgefordert, wie alle jungen Menschen, auch was so die Lüste und Begierden betrifft und Paulus hat hier noch einen Satz, lass sich nicht von den Leidenschaften vortreißen, die besonders junge Menschen in Gefahr bringen. Man muss darauf achten, sich da nicht leidenschaftlich bekreisen zu lassen, dass er seine Emotionen nicht im Griff hat, oder sexuell in Begierden, weiß nicht genau, was Paulus hier alles meint, ob es einfach allgemein ist, sondern er soll das Ziel verfolgen, ein göttliches Leben zu führen und das Ziel verfolgt er nicht allein, sondern gemeinsam auch mit anderen. Lass dich nicht von den Leidenschaften vortreißen, die besonders junge Menschen in Gefahr bringen. Dein Ziel soll ein Leben sein, das von Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden erfüllt ist. Wieder Glaube, Liebe, aber auch Gerechtigkeit und Friede. Das sind geistliche Werte und das Ziel muss sein, dass unser Leben mit diesen geistlichen Dingen angefüllt wird. Nicht von Leidenschaften, Süchten oder Begierden, die uns treiben, sondern diese göttlichen Ziele, Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Friede. Verfolge diese Ziele, also Gerechtigkeit, Glaube, Liebe, Friede, diesen Dingen nachjagen, verfolge diese Ziele zusammen mit allen, die den Herrn aufrichtig und mit reinem Gewissen anbeten. Aber das sind lohnende Ziele für alle Christen. Und das sollen wir gemeinsam mit den anderen Christen, soll jeder diese Ziele Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Friede, diesen nachjagen, diese Ziele verfolgen. Wieder noch einmal sagt er, vermeide törichte Spekulationen und Streitereien, also es gibt bestimmte Dinge, wo man einen Riegel vorschiebt, und zeige die Qualität eines Dieners des Herrn, und dann fühle aus, was ein Diener Gottes auszeichnet. Und zwar im Gegensatz zu diesen Irrlehrern, die da gefallen haben an Wortgefechte und Streitereien und Streitgesprächen und sich dann wegen Nichtigkeiten da hochschaubeln, zeige die Qualitäten eines Dieners des Herrn und eine Qualität ist freundlich sein statt Streiten. Es soll freundlich sein zu den Menschen. Freundlich aber bestimmt. Mit törichten Spekulationen hingegen, die nur von Unverstand zeugen, gibt dich nicht ab. Du weißt ja, dass sie zu nichts anderes führen als zu Streitigkeiten. Und wer ein Diener des Herrn sein will, wie du Timotheus ja bist, wer ein Diener des Herrn sein will, darf nicht streiten, sondern soll zu allen freundlich sein. Also wir sollen uns auch nicht dadurch auszeichnen, dass wir uns dauernd mit Irrlehrern rumstreiten. Sondern wir sollen Menschen freundlich begegnen. bestimmt manchmal muss man sagen, okay, Schluss, hier diskutiere ich nicht. Oder muss Leute in die Schranken weisen. Natürlich darf man auch nicht zulassen, Irrlehrer in der Gemeinde dann das Wort erheben und die Leute dann falsch belehren. Das kann man nicht zulassen als Leiter in der Gemeinde. da muss man einschreiten. Aber trotzdem immer auch freundlich den Leuten begegnen. Und dann nicht nur freundlich, er muss fähig sein, die Lehre des Evangeliums weiterzugeben. Das ist ganz wichtige Eigenschaft, Qualität eines Dieners des Herrn. Nicht nur freundliches Auftreten, sondern auch die Lehre des Evangeliums weitergeben können. Weitere Qualität ist Unrecht gelassen ertragen können. Das ist ja gegen die menschliche Natur. Die menschliche Natur flippt eigentlich immer aus, wenn ein Unrecht geschieht. Und dann will ich mein Recht. Und das geht nicht, da geht man dagegen an und schimpft und das weiß ich alles. Aber als Christ, als Diener Christi, wirst du auch oft Unrecht erleiden müssen. Und dann sollst diesen Satz merken, der mal steht, es ist besser Unrecht zu erleiden, als und ihnen wird Unrecht angetan, Verleumdung und was weiß ich alles. Und das muss man einfach auch gewisser Gelassenheit ertragen können. Das gehört dazu. Da war mein Lehrer an der Freien Theologischen Akademie, jetzt Freie Theologische Hochschule, der Gründer, Dean Rogers, ein großes Vorbild, als er falschen Beschuldigungen ausgesetzt wurde und so ihn sagen, er war immer gelassen, er hat nicht rumgestritten, hat und hat sein Ding gemacht, wovon er überzeugt war, was richtig ist. Und das ist sehr gute Haltung, nicht dann seine Kraft vergeuden, indem man dann dagegen versucht anzugehen und alles ins rechte Lot zu rücken und sich zu rechtfertigen und was er sich alles, sondern es gehört dazu, Jesus hat auch Unrecht ertragen, Paulus hat viel Unrecht ertragen und jeder, der gottesfürchtig leben will, wird auch eine gewisse Portion von Leiden oder auch Unrecht, was ihm widerfährt, leben müssen. Eine weitere Qualität des Dieners des Herrn ist, dass er auch immer noch einen Beziehungsfaden hat zu den Gegnern des Evangeliums. Da ist also nicht so ein Cut, dass man überhaupt nicht mehr miteinander spricht, sondern immer noch ein Gesprächsfaden da. Und zwar ist hier davon die Rede, den Gegnern des Evangeliums geduldig den dass ich gar nicht mehr mit dem sprechen kann. Also das finde ich eine interessante Qualität, dass man auch immer noch Kontakt hat mit Gegnern des Evangeliums. Und das ist sinnvoll, diesen Kontakt zu haben, weil wer soll ihnen den rechten Weg zeigen, wenn nicht du, der du auf dem rechten Weg gehst. Und dazu brauchst du halt auch Geduld. Manches ertragen, manches mal stehen lassen, aber auch versuchen, den anderen ernst zu nehmen, natürlich sich in seine Gedanken einzudenken, warum denkt er so, wie versteht er das, wie kann man ihm helfen, solche Haltungen haben, Gegner des Evangeliums geduldig den rechten Weg zeigen, finde ich eine sehr wichtige Qualität, Vers 25, und soll denen, die sich gegen das Evangelium stellen, geduldig den rechten Weg zeigen, nicht nur die, die gleichgültig dem Evangelium gegenüber sind, sondern denen, die sich gegen das Evangelium positionieren, jetzt auch Atheisten oder so, was soll es mal geduldig ihnen den Weg, den rechten Weg zeigen. Es war interessant, wenn dann Diskussionen sind zwischen gläubigen Naturwissenschaftlern und atheistischen Naturwissenschaftlern, dass es dann auch gelingt, dass gläubige Naturwissenschaftler mit ihnen einfach im Gespräch bleiben und sie respektvoll behandeln, um mit ihnen im Gespräch bleiben zu können und dann einfach mit viel Geduld ihnen versuchen, doch auch Gründe zu nehmen, dass sie den Widerstand gegen das Evangelium doch reduzieren oder einstellen, dass sie auch den rechten Weg erkennen. Weil das bietet dann eine Chance auf Umkehr und Befreiung aus den Fängen des Teufels, wie es hier heißt, wo sie gefangen sind. Da ist keine Garantie drin, dass es immer geschieht, aber es geschieht immer wieder mal, dass auch gegen das Evangelium durch die geduldige, beharrliche Gespräche mit gläubigen Leuten, auch mit Predigern und so, doch noch sich auf den rechten Weg führen lassen. Also, das sind interessante Qualitäten, freundlich sein, nicht streiten, lehrfähig, natürlich das Wort Gottes immer A und um den Wort Gottes zu ermahnen und zu lehren, auch Unrecht ertragen können, es einfach mal aushalten, dass einem Unrecht widerfährt und diesen Kontakt auch zu den Gegner des Evangeliums nicht abreißen lassen, sondern ihnen geduldig den rechten Weg zeigen. Das sind herausragende Qualitäten. Beschreibung der Menschen am Ende der Zeit, Kapitel 3, seid ihr jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Die Zeit wird schlimm sein. Wir sind natürlich jetzt viel näher am Ende als Paulus im ersten Jahrhundert, jetzt sind wir im 21. Jahrhundert und nähern uns sicherlich dem Ende. Vielleicht sind wir schon viel, viel näher an dem absoluten Ende und der Wiederkunft Jesu als viele denken. Aber das, was hier beschrieben wird, diese Liste negativer Eigenschaften und Verhaltensweisen der Menschen am Ende der Zeit, wie der Geist Gottes hier lehrt, diese Eigenschaften sind eine unglaublich präzise Beschreibung der Menschen, gerade in den westlichen Gesellschaften. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtourisch und arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden vor nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Natürlich kann man sagen, so ist halt ein Mensch, es hat immer Menschen gegeben, die so waren, aber ich denke, wenn wir nüchtern unsere Zeit betrachten, wie die Menschen so sind heutzutage, dann muss man sagen, dass es ein unglaublich präzises Porträt unserer heutigen Gesellschaft und der Menschen des 21. Jahrhunderts, vor allem in der westlichen Welt. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Also irgendwie spirituell sind sie vielleicht schon, aber von der Kraft Gottes, die verändert, davon haben sie keine Ahnung. Von solchen Menschen halte dich fern. Und dann in diese Gruppe von Leuten, die es am Ende der Zeit geben wird, sehr massiv geben wird, werden auch jetzt diese Irrlehrer eingeordnet, in Vers 6 bis 9. Zu ihnen, also dieser Art von Menschen, gehören auch die, die sich in fremde Häuser einschleichen, das ist ihre Methode, sich in fremde Häuser einschleichen und leichtgläubige Frauen in ihren Bann schlagen, das sind ihre Opfer, leichtgläubige Frauen, wie leichtgläubig alles glauben, was man ihnen so erzählt, in ihren Bann schlagen, Frauen, in deren Lebenssicht die Sünden angehäuft haben, die ein Spielball aller möglichen Leidenschaften sind, die immerzu etwas Neues hören wollen und doch unfähig sind, jemals die Wahrheit zu erkennen. Also, das ist interessant, immer was Neues hören, was Neues, was Neues, noch eine neue Lehre, noch eine neue Erfindung, Erfahrung, noch ein neues Mittelchen, irgendwie immer was Neues, leichtgläubige Leute, die mit Sünden beladen sind, das sind ihre typischen Opfer, diese Erlehrer und es heißt dann, so wie eins die ägyptischen Zauberer, Yannes und Jambres, sich Mose widersetzen, also in der außerbiblischen jüdischen Literatur, werden den Zauberern, mit denen Mose es zu tun hatte, Namen gegeben und da werden die Yannes und Jambres genannt, also sind die praktisch die Hohenpriester des Pharao, die Zauberer und Zeichendeuter, die da mit Mose konkurrieren, was die Wunderzeichen betrifft. Da haben sie sich ja widersetzt, indem sie auch ähnliche Wunder vollbrachten wie Mose, aber das konnten sie nur bis zur bestimmten Grenze. Das ist Yannes und Jambres. Das steht so nicht in der Bibel, dass sie so heißen, aber in der außerbiblischen jüdischen Überlieferung werden die so genannt und auf die greift Paulus hier zurück. So wie einst die ägyptischen Zauberer Yannes und Jambres sich Mose widersetzen, so widersetzen sich auch diese Irrlehrer der Wahrheit. Es sind Menschen, deren Denken durch und durch verdorben ist und deren Glaube keiner Prüfung standhält. Ein sehr negatives Zeugnis über diese Irrlehrer, durch und durch verdorben und der Glaube hält keiner Prüfung stand, also ist nicht wirklich fundiert. Und sie werden entlarvt werden. Das wird offenkundig werden, doch sie werden nicht weit kommen, denn ihr Unverstand wird ebenso offen zu Tage drin, wie es bei jenen Zauberern der Fall war, die dann auch passen mussten nach ein paar Plagen, weil sie dann nicht mehr mit konnten. So müssen die dann auch die Segel streichen und sagen, ja, also bis hier weiter kann ich nicht. Also da gibt es auch Irrlehrer, die hier beschrieben werden. Das Vorbild des Apostels ist der Nutzen der Heiligen Schrift. Paulus ist das große Vorbild des Apostels. Nein, Paulus ist ein großes Vorbild des Timotheus. Und das ist so eine Stelle, wo diese Ich-Häufung und auch dieses Du sehr extrem vorkommt. Die Verse 10 und 11. Lese es mal und achte mal auf dieses Ich, mich, meiner, mich und dieses Du-Dich ist ganz extrem. Du aber bist meiner Lehre gefolgt, hast dich an die Grundsätze gehalten, nach denen ich lebe und hast dich auf dasselbe Ziel ausgerichtet wie ich. Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe, meine Standhaftigkeit zu Vorbild genommen und hast dich auch nicht dadurch abhalten lassen, dass ich Verfolgung und Leiden zu ertragen hatte. Du weißt ja, was ich in Antiochien, Ikonen, Lystra alles durchgemacht habe und wie sehr ich dort verfolgt wurde. Aber aus jeder Gefahr, in die ich geriet, hat der Herr mich gerettet. Ja, ich finde es wirklich schlimm, wenn man die Verfassenschaft des Paulus ablehnt, dass man dann praktisch sagt, dass es einfach nur fingiert, dieser Passus hier, der Verfasser ist nicht Paulus, ja, es wird nur so getan, als würde Paulus das schreiben. Also ich finde, das ist wirklich Betrug und das ist Lüge und ein Gott der Wahrheit, wo der Sohn Jesus Christus die Wahrheit in Person ist und der Geist der Wahrheit genannt wird, der sollte uns die Wahrheit des Evangeliums auf solche Art und Weise mitteilen wollen, das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Paulus als großes Vorbild des Timotheus nicht nur in der Lehre, im Glauben, in diesen Dingen, sondern auch im Leiden. Und das ist wichtig, das zu sehen, dass es dazu gehört. Wenn du Diener am Evangelium bist, wenn du Verkündiger des Wortes Gottes bist, wirst du auch mit einer gewissen Portion Leiden konfrontiert werden. Das ist unausweichlich, das gehört dazu. Er sagte noch weiter im Vers 12, im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Also es ist nicht nur eine spezielle Sache für Prediger allein, die vielleicht besonders, weil sie ein bisschen an der Front stehen, die vielleicht ja die Ersten, die dann den Leiden erfahren, aber grundsätzlich gilt, dass alle, die zu Christus gehören, also alle Gläubigen und die entschlossen zur Ehre Gottes leben wollen, also entschiedene Christen sind, die Unentschiedenen werden in Ruhe gelassen, aber wenn du entschieden, konsequent Jesus nachfolgst und da radikal, radikal Christsein lebst, dann wirst du Widerstand erfahren, das ist unausweichlich, damit musst du rechnen, dass dann auch Verfolgung und Leiden und Benachteiligung und alles mögliche auf dich zukommt, aber was soll's, es ist ja mehr als wert, was wir dafür haben, das Glauben und das Evangelium, der Weg der Irrlehrer ist abschüssig, schlechte und betrügerische Menschen werden sich immer weiter von Gott entfernen, also das ist, die Tendenz ist, wenn man es laufen lässt, wird es immer weiter weg von Gott gehen, ja, sie führen andere in die Irre und sind selbst auch irregeführt, blinde, blinden leider sozusagen, andere werden in die Irre geführt, sie selbst sind auch irregeführte, das ist ein abschüssiger Weg, das wird nicht von allein besser, da heilt nicht die Zeit, die Wunden und die kommen schon wieder allein zurecht, nee, nee, die Irrlehrer, hat die große Gefahr, immer schlimmere Lehren aufzustellen, immer mehr anzuzweifeln, auch am Wort Gottes, das merken wir auch bei der Bibelkritik, wenn Bibelkritik in christliche Gemeinden reinkommt, die wirklich fromm sind, ja, am Anfang sind es noch unscheinbare Dinge und dann wird es immer zentraler, immer, immer zentraler, werden immer zentralere Lehren, werden dann geleugnet, das ist ein abschüssiger Weg, da gibt es kein Halten, Timotheus soll an der Lehre festhalten, aus verschiedenen Gründen, aus eigener Überzeugung, er hat ja schon gezeigt, dass er überzeugt ist von Evangelium und von der Lehre, du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest, also er hat sich überzeugt, dass die Lehre, die er bekommen hat, wahr ist, ja, deswegen soll er aus eigener Überzeugung an dieser Lehre festhalten, er soll aber auch festhalten, weil er seine Lehre kennt, er kennt diejenigen, die ihn das so gelehrt haben und er weiß sie zu schätzen, er weiß ihren Lebenswandel, er weiß ihr Ende, er weiß ihren Glauben, ihre Lebensführung und das ist ein weiterer Grund, an der Lehre, die ich durch sie gelehrt worden bin, festzuhalten, ja, durch Kenntnis seiner Lehrer, ja, du kennst ja die, die dich gelehrt haben und das war in seinem Fall auch seine Mutter, seine Großmutter und Paulus natürlich, du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf in den Heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisungen bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Also festzuhalten an der Lehre aus eigener Überzeugung, er hat sich schon mal überzeugt, dass es stimmt, er kennt diejenigen, die ihn unterwiesen haben in diesem Wort, in dem Fall Mutter, Großmutter, Paulus, andere in seinem Umfeld, die kennen die und er kennt auch die Heilige Schrift, in dem Fall ist er glücklich zu preisen, weil er kennt von Kind an die Heilige Schrift und Kind an in der Heiligen Schrift unterwiesen worden. Das ist sehr, sehr gut und sehr wichtig und sehr prägend. Und dann steht Paulus ein Loblied an auf die Heilige Schrift, auf die Erhabenheit und den Nutzen der Heiligen Schrift, er nennt sie hier Wegweiser zur Errettung. Nicht die Schrift errettet dich, sondern der Glaube an Jesus Christus. Christus ist der Retter. Aber die Heilige Schrift ist der Wegweiser zur Errettung. Und wenn du in einem unbekannten Gefilde bist und keine Wegweiser hast, wirst du irre gehen und wirst den Weg nicht finden können. Du brauchst den richtigen Wegweiser. Und die Heilige Schrift ist der Wegweiser zur ewigen Errettung durch Jesus Christus. Wirken sie unschätzbar wertvoll und wichtig, weil sie den Weg weist zur Errettung durch den Glauben an Jesus Christus. Und sie ist erhaben, weil sie von Gott gehaucht ist, heißt es hier. Zeob Neustos, von Gott gehaucht. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Gott gehaucht eigentlich. Und dementsprechend, weil sie von Gott kommt, alle Schrift. Wir können nicht unterscheiden, dass es inspiriert und dass es nicht inspiriert, sondern die ganze Schrift ist von Gott, Gottes Geist eingegeben, von Anfang bis zum Ende. Und deswegen ist die Schrift auch in der Lage, uns in der Wahrheit zu unterrichten. Hat einen ganz großen Nutzen. Der Nutzen der Schrift ist so unendlich groß. Sie unterrichtet uns in der Wahrheit. Heilige sind in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Also wir müssen durch das Wort Gottes geheiligt werden, Christus ähnlich gemacht werden. Lüge wird aufgedeckt. Wir werden in der Wahrheit unterrichtet durch das Studium des Wortes Gottes. Und es ist nicht nur, dass wir von der Wahrheit über die Wahrheit in Kenntnis gesetzt werden, sondern es wird auch ganz persönlich, unsere Schuld wird aufgedeckt. Und das ist absolut notwendig, um von Schuld befreit zu werden. Sie muss aufgedeckt werden und dann bekannt werden. Deswegen ist ein unendlich hoher Dienst in die Heilige Schrift uns hier leistet, dass wir durch das Lesen der Heilige Schrift überführt werden von unserer Schuld. Und sie erzieht uns zur Gerechtigkeit. Wie sollen wir leben als Christen? Was ist Gottes Wille? Was ist Gott wohlgefällig? Ja, wie sollen wir uns verhalten? Da erzieht uns die Heilige Schrift. Es ist der beste Pädagoge an dieser Stelle. Und fasst es zusammen in dem letzten Ausdruck und sagt quasi, die Heilige Schrift ist die universal Ausrüstung für sämtliche Anforderungen an Christen. Also praktisch, wenn du als Christ die Heilige Schrift hast, dann hast du eigentlich alles, was du brauchst, um ein christliches Leben zu führen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift, also wenn du Gott dienst, was brauchst du noch? Mit Hilfe der Schrift, allen Anforderungen gewachsen. Er ist allen Anforderungen gewachsen, mit Hilfe der Schrift. Und er ist durch sie, durch die Schrift, in dem sie studiert und liest und wiederkäut und sich bedenkt und darüber nachsinnend, sie wirken lässt, sich prägen lässt von der Schrift. Dadurch ist er ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Also lasst uns die Schrift hoch halten und sie wirklich gebrauchen. Sie lesen, lesen, lesen und immer wieder uns damit beschäftigen, denn sie ist nicht nur der Wegweiser zur Errettung, sondern wenn wir dann errettet sind, hilft sie uns, die Wahrheit zu erkennen, weil sie uns in der Wahrheit unterrichtet. Sie deckt Schuld auf, wo wir noch Veränderung brauchen. Sie erzieht uns, dass wir ein Leben in Gerechtigkeit führen können und sie gibt uns alles, was wir brauchen, um im Dienst für Gott ausgerüstet zu sein, alles zu tun, was gut und richtig ist. Also ein Loblied auf die Heilige Schrift. Das Vermächtnis des Apostels angesichts seiner nahen Hinrichtung, wir kommen zum Ende, er hat eine flehende Bitte, Gottes Botschaft zu verkünden und geduldig zu unterweisen. Er fleht Timotheus regelrecht an, unbedingt diesen Auftrag zu erfüllen, das Evangelium zu predigen. Das ist absolut wichtig. Gottes Botschaft muss verkündigt werden und er als Prediger des Evangeliums ist dazu berufen, genau das zu tun. Ich bitte dich eindringlich vor Gott und vor Jesus Christus. Ich bringe wieder ein bisschen Christologie rein. Jesus Christus, der über die Leben und die Toten Gericht halten wird. Da wird es auch eine Beurteilung geben. Ich bitte dich im Hinblick auf seine Wiederkunft und die Aufrichtung seiner Herrschaft. Alles gewichtige Schwergewichte, ja. Gott, Jesus Christus, der Lebende und Tode richten wird. Die Wiederkunft Christi, die Aufrichtung seiner Herrschaft, ist übrigens noch zukünftig. Wir leben nicht jetzt im tausendjährigen Reich. So, die Herrschaft wird erst aufgerichtet, wenn Jesus wiederkommt. Im Hinblick auf seine Wiederkunft und die Aufrichtung seiner Herrschaft. Verkünde die Botschaft Gottes. Verkünde. Predige das Wort. Predige das Wort. Tritt für sie ein, ob sie ihr wünscht ist oder nicht. Oder übersetzt zur Zeit oder zur Unzeit. Decke Schuld auf. Weise zurecht. Ermahne. Ermutige. Das ist alles Seelsorge. Schuld aufdecken. Zurecht weisen. Ermahnen. Ermutigen. Und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung fehlen. Man muss es also mit Geduld machen. Braucht Zeit. Läusten schwer vom Kapitel. Auch Christen. Oft, ja. Brauchst Geduld in der Seelsorge. Ja. Aber gründliche Unterweisung ist auch ganz wichtig. Lass es an gründlicher Unterweisung nicht fehlen. Du musst erst mal selbst gründlich studieren, damit du andere gründlich unterweisen kannst. Wenn du selber nur Oberfläche studierst, kannst du andere nicht gründlich unterweisen. Das ist völlig unmöglich. Du musst selber gründlich studieren, um ausgerichtet zu sein, andere gründlich zu unterweisen. Und das ist seine Aufgabe. Die Botschaft zu verkündigen, Seelsorge zu machen und zu lehren. Das ist sein Job. Und Paulus fleht ihn an, mit dieser extremen Einleitung, genau das zu tun. Und das eben angesichts der Perspektive, die Paulus klar sieht, dass in der Zukunft die Leute sich von der gesunden Lehre massiv abwenden werden. Und das erleben wir in unserer Zeit, wie heutzutage in den christlichen Kirchen Dinge gelehrt werden, die vor ein paar hundert Jahren völlig undenkbar gewesen wären, dass ein Christ sowas sagt. Aber das ist heute zum Teil offizielle Lehrmeinung von Gemeinden. Und von Theologen. Es ist grauslich. Die Abkehr von gesunder, biblischer Lehre. Er sagt, es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Seitdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Auch historisch-kritische Spekulationen. Und das ist noch nie so wahr wie heute in unseren Zeiten, dass diese Zeit da ist, wo genau das passiert. Dass die Menschen sich von der gesunden Lehre des Evangeliums abwenden und nicht mehr darauf hören wollen und sich andere Lehrer suchen, die ihnen da genau das erzählen, was sie hören wollen und was nicht mehr das Evangelium der Heiligen Schrift ist. Die Herausforderung für Timotheus ist, du aber, du aber sollst besonnen bleiben, was auch immer geschieht. Sei bereit zu leiden. Erfülle unbeirrt deinen Auftrag als Verkündigung des Evangeliums. Predige das Wort, so wie ich es dir gelehrt habe, ohne Abstriche. Das muss alles so gesagt werden, wie ich es dir gelehrt habe. Predige das. Übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Das ist die Herausforderung für Timotheus und das ist auch die Herausforderung für uns. Das Leben des Paulus wird bald vorbei sein. Er umschreibt das hier. Es wird als Trankopfer, er wird als Trankopfer für Gott ausgegossen. Nach der Überlieferung ist Paulus mit dem Schwert hingerichtet worden. Er sagt hier in Vers 6, denn für mich ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Mein Leben ist ein Trankopfer geworden, das für Gott ausgegossen wird. Selbst im Tode betreibt er noch Gottesdienst. Das ist eine richtige Perspektive zum Martyrium. Ich betreibe Gottesdienst in und durch meinen Tod. Ich werde als Trankopfer ausgegossen. Und angesichts, dass er jetzt bald das Feld räumen wird, braucht er andere, die dann in diese Brische springen. Er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe das Ziel des Laufs erreicht, ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegesgranz für mich bereit. Der Siegesgranz der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jedem großen Tag geben wird. Aber nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Also, dem Glaubenskampf, seinem Glaubenskampf, folgt unweigerlich auch der Siegeskranz. Das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, ohne Fleiß kein Preis, ohne Glaubenskampf auch kein Siegeskranz. das gehört einfach zusammen. Der Brief schließt dann mit persönlichen Mitteilungen und abschließenden Grüßen. Das ist sehr trivial eigentlich, ist sehr sachlich, jetzt organisatorisch, kurze Hinweise, er bietet, um Besuch des Timotheus, in Vers 9, versuche sie bald wie möglich zu mir zu kommen. Und es gibt da verschiedene, ganz knappe Informationen, über verschiedene Mitarbeiter. weiter, es sind alles Mitarbeiter des Paulus, die meisten sind auch an anderen Stellen bekannt, außer Kapus und Christens, meine ich, sind die anderen alle, in anderen Briefen auch, kommen die vor, oder in der Apostelschichte. Also, bekannte Mitarbeiter des Apostels des Paulus, nicht fingiert, sondern tatsächlich so. und diese kurzen Informationen sind zum Teil auch etwas ernüchternd. Und Timotheus als Mitarbeiter kennt diese Leute natürlich, für den hat jeder dieser Namen auch ein Gesicht. Demas hat mich verlassen, weil er diese Welt wieder lieb gewonnen hat und ist nach Thessalonich abgereist. Ganz konkret. Er hat Paulus verlassen nach Thessalonich und ist wieder in die Welt zurückgegangen. Ein Mitarbeiter des Paulus. Kann passieren. Christens ging nach Galatien und Titus nach Dalmatien. Wahrscheinlich hat er sie dort hingeschickt, als seine Gesandten, um dort für ihn die Stellung zu halten und Dienste zu tun in den Gemeinden. Lukas ist der Einzige, der noch bei mir ist. Der Lukas, der Arzt, der hat ihn begleitet bis zum Ende. Und jetzt gibt er eine interessante Anweisung an, äh, einen Blick auf Markus. Bring, wenn du kommst, also geh davon aus, dass der Timotheus jetzt ihn noch aufmacht nach dem Brief und ihn noch besucht in Rom, bevor er hingerichtet wird. Bring, wenn du kommst, Markus mit. Er wäre mir bei dem Dienst, den ich hier zu erfüllen habe, eine große Hilfe. Also irgendwie hat er doch noch Möglichkeit von Verkündigung offenbar und kann Markus als Helfer brauchen, war frühere Mitarbeiter auch von Paulus. Hatte er mal so einen Karriereknick, dass er weggeschickt wurde von Paulus, aber dann wieder von Barnabas reaktiviert wurde und am Schluss auch für Paulus sogar wieder einen wertvollen Dienst tun kann. er wäre mir eine große Hilfe, sagt er. Dann Tychikus habe ihn nach Ephesus geschickt. Er war auf der Überbringer des Epheserbriefes, aber wahrscheinlich ist das ein anderer Kontext, weil es ja hier am Lebensende des Paulus ist. Er hat ihn öfter dann wiederholt mal nach Ephesus geschickt. Bei Carbus in Troas, bevor er jetzt nach Rom kam und nochmal ins Gefängnis kam, bei Carbus in Troas ließ ich meinen Mantel zurück, bring ihn mit, wenn du kommst. Also von Ephesus geht man über Troas, wenn man Landwäsche nennt, über Troas Richtung Rom und er soll einen Mantel mitbringen. Also sowas Banales spielt auch noch eine Rolle. Bring ihn mit, wenn du kommst und ebenso die Buchrollen, vor allem die Pergamente. Also wahrscheinlich sind das hartbiblische Handschriften, die er hier mitgebracht haben will. Er will sich noch damit beschäftigen. Dann weiter Warnung wird ausgesprochen vor Alexander dem Schmied. Alexander der Schmied hat mir viel Böses zugefügt. Das ist wahrscheinlich nicht der Alexander, der vorhin erwähnt wurde als Irrlehrer, obwohl er ja auch negativ wegkommt, aber durch die Kennzeichen Alexander der Schmied ist er wahrscheinlich ein anderer Alexander als der vorher zusammen mit mit wem wurde er zusammen genannt? Hymenes Philetus, nein mit Philus, Herr Mogenes, den ersten Brief. Hymenes und Alexander, Irrlehrer, nach dem ersten Demotusbrief. Aber das ist ein anderer, weil es Alexander der Schmied heißt. Alexander der Schmied hat mir viel Böses zugefügt. Der Herr wird so an ihm handeln, wie er es verdient hat. Gesetz von Saat und Ernte. Nimm auch du dich vor ihm in Acht, denn er hat sich unserer Verkündigung aufs Heftigste widersetzt. Gibt es Leute, die wollen das Evangelium nicht annehmen und die werden dann zu erbitterten Feinden des Evangeliums und versuchen es den Evangeliumspredigern so schwer wie irgend möglich zu machen. Alexander der Schmied war so einer. Mit solchen Leuten hat man auch zu tun, muss man auch rechnen, dass es dann sowas gibt. Dann haben wir noch als letztes jetzt Infos über seinen Gerichtsprozess. Auch sehr ernüchternd. Als ich das erste Mal vor Gericht stand und mich verteidigen musste, trat niemand für mich ein. Alle ließen mich im Stich. Aber das ist wirklich enttäuschend, dass da keiner für ihn eingetreten ist. Gut, man weiß nicht die Situation, wie viele das jetzt betrifft, die überhaupt vorhanden waren, bei dieser Gelegenheit anwesend waren. Aber er hat hier diese Enttäuschung erleben müssen, der Paulus, dass Menschen, Christen aus seinem Umfeld, da wo es jetzt gilt, bei dieser Verhandlung praktisch in den Stich gelassen haben. Aber es gibt ein göttliches Aber. Aber, da ist es. Also zunächst möge er, es möge es ihnen nicht angerechnet werden. Also Paulus ist nicht nachtragend und will das ihnen, dass sie jetzt bestraft werden dafür oder so. Hat er Angst um sie, hoffentlich vergilt der Herr ihnen jetzt nicht so, wie sie es verdient hätten. Möge es ihnen praktisch nachgesehen werden. Möge es ihnen nicht angerechnet werden, was sie hier an Versagen produziert haben. Also auch da noch Liebe für diese Mitarbeiter, die ihn im Stich gelassen haben. Am langen kommt das göttliche Aber. Der Herr aber stand mir zur Seite und gab mir Kraft. Also Menschen können dich im Stich lassen und enttäuschen. Das wird immer wieder auch passieren, dass Christen dich enttäuschen. Aber der Herr steht dir trotzdem bei und der Herr gibt dir Kraft. Und es gibt hier drei Bereiche, wo man das Handeln des Herrn sieht, wo der Herr ihm beigestanden ist, wo der Herr ihm eine Hilfe war, in dieser Situation Kraft gegeben hat. Einmal die Chance zur Evangeliumspredigt. Der gab mir Kraft, dass er meinen Auftrag, seine Botschaft allen Völkern zu verkündigen, auch bei dieser Gelegenheit im vollen Umfang erfüllen konnte. Also er hat diese Gerichtsverhandlungen genutzt, um auch noch irgendwie das Evangelium da zu verkündigen. Warum er praktisch verhaftet worden ist, dass er Prediger des Evangeliums ist und was das seine Botschaft ist und so, hat er untergebracht, sodass all die, die bei dem Gerichtsprozess anwesend waren, das waren Leute, sicherlich auch verschiedene Nationalitäten, haben dadurch Gelegenheit bekommen, das Evangelium zu hören. Er nutzt alles als Chance für das Evangelium. Und dann, ein zweites, wo der Herr eingegriffen hat, ist, der Herr hat noch mehr getan. Er hat mich dem drohenden Tod entrissen. Dem drohenden Tod, wörtlich heißt es, dem brachenden Löwen entrissen. Also es ist nicht so, dass er jetzt die Todesstrafe nicht bekommt, aber es ist wahrscheinlich so, dass er nicht sofort getötet wurde, und vor allem auch nicht, dass er den Löwen zum Fraß vorgeworfen worden ist, was hätte passieren können. Und es gibt ja solche und solche Hinrichtungsarten und es ist besser mit dem Schwert enthauptet zu werden, wie es in Paulus dann später widerfahren ist, als von Löwen aufgefressen zu werden bei lebendigem Leib. Von daher hat es vielleicht als eine Gnade empfunden, dass diese Todesstrafe durch den Rachen der Löwen, dass dieser Kelch an ihm vorüberging. aber er weiß trotzdem, dass sein Leben jetzt bald ausgegossen wird als Drangopfer für Gott. Und die Zuversicht auf Rettung ist jetzt auch nicht eine Zuversicht, dass er dieser Todesstrafe entflieht, sondern es ist so, er wird mich auch weiterhin vor jedem feindlichen Angriff retten und wird mich bewahren, bis ich in seinem himmlischen Reich bin. Er wird mich im Glauben bewahren, er wird mich in das himmlische Reich hinein retten. Also die Zuversicht auf Rettung hinein in sein himmlisches Reich, das ist meine Zielankunft. Das ist sehr wichtig zu sehen, dass das ein Ziel ist, im himmlischen Reich anzukommen und das gewährt Gott ihm auf jeden Fall. Und nicht immer findet eine wundersame Rettung statt. Also Daniel wurde aus der Löwegrube gerettet, die drei Männer aus dem Feuerofen gerettet. Das gibt es ab und an, aber die meisten, die verfolgt werden, werden dann doch zu Tode gebracht oder sehr, sehr oft kommen sie zu Tode gebracht und der Herr ist trotzdem ihnen nahe und hat sie lieb und diese nicht schlechtere Christen als andere, die in der Rettung erfahren. Paulus hatte verschiedene Rettungen erfahren, aber es gibt dann auch mal eine Situation, wo er keine Körbel hier Rettung mehr erfährt, aber natürlich im Reich Gottes ankommen wird, im Himmelreich. Und Jesus sagt ja nicht umsonst, fürchtet nicht diejenigen, die den Leib zwar töten können, aber darüber hinaus nicht zu tun vermögen. Also Jesus geht ganz klar davon aus, dass das natürlich geschieht, dass der Leib vieler Christen getötet wird. Dass es nicht die Regel ist, dass Gott immer den Leib der Christen bewahrt. Deswegen fürchte die nicht, die den Leib zwar töten können, aber darüber hinaus nichts zu tun vermögen. Fürchte aber den, der nachdem der Leib getötet worden ist, auch noch in die Hölle zu werfen vermag. Also wir sollen Gott fürchten, nicht die Menschen, die uns vielleicht umbringen können. Also diese Zuversicht auf Rettung bezieht sich auf die Rettung in das himmlische Reich hinein und die ist da, auch wenn er gleichzeitig weiß, mein Leben geht es langsam zu Ende. Das Urteil ist wohl gefallen. Ich werde hingerichtet, als römische Bürger dann auch ordnungsgemäß mit dem Schwert hingerichtet und dadurch wird mein Leben ausgegossen als Trankopfer für Gott, aber Gott rettet mich hinein in sein himmlisches Reich. Timotheus soll dann Grüße ausrichten, Bisca und Aquila sowie die Familie des Onesiphorus. Wiederum wird Onesiphorus selbst nicht genannt. Beste Erklärung ist, er ist schon verstorben zu dem Zeitpunkt, aber die Familie soll gegrüßt werden. Dann Erastus blieb in Korinth, da haben wir weitere Mitarbeiterinformationen über Erastus, dass der in Korinth blieb, Trophimus musste ich in Miele zurücklassen. Also wir sehen, dass Paulus offensichtlich aus sehr aktiver Missionsarbeit kommt, aber jetzt im Gefängnis sitzt und auf seine Hinrichtung wartet. Trophimus ist in Miele zurücklassen. Warum? Weil er krank war. Auch das gibt's. Ein Mensch im Umfeld des Apostels Paulus, der Zeichen und Wunder vollbracht hat, der sogar Tode auferweckt hat, ja, trotzdem kann er den Trophimus hier nicht heilen. Auch Epaphras ist mal totkrank geworden und nur knapp dem Tode entgangen, wieder gesund geworden. Also es gibt kein Automatismus, selbst wenn jemand die Heilungsgabe hat wie Paulus, der offensichtlich die Heilungsgabe hat, aber manchmal lässt Gott einen auch krank werden oder auch sterben. Ja, da gibt's keinen Automatismus oder keine Garantie. Trophimus muss sich in Miele zurücklassen, weil er krank war. Also ganz normal. Dann bitte auf Timotheus Ankunft vor dem Winter, also bitte um Timotheus Ankunft vor dem Winter muss es heißen, versuche noch vor Anbruch des Winters hier zu sein, dann bestellt Paulus noch persönliche Grüße von Glaubensgeschwistern, die haben alle so römische Namen, Eubulus, Budens, Linus, Claudia und alle anderen Geschwister, offenbar Christen, die in seinem Umfeld in Rom jetzt vorhanden sind und die lassen auch grüßen und er schließt mit dem Segenswunsch, der Herr seid ihr nahe, der Herr seid ihr nahe, das ist ein ganz ganz großer Trost, wenn der Herr mir nahe ist und Gottes Gnade sei mit euch allen, das ist der Spruch mit dem Paulus eigentlich alle seine Briefe endet, dass er Hinweis auf die Gnade Gottes und der wir alles haben, ist alles Gnade, Gottes Gnade sei mit euch, Gnade Blick auf Errettung, Gnade aber auch im Blick auf unsere Lebensführung ist alles Gnade und das wünscht er dem Timotheus, der Herr seid ihr nahe, Gottes Gnade sei mit euch allen. Also ein kraftvolles Vermächtnis hat eine sehr große Tiefe dieser Brief, auch durch das Leidensthema gewinnt es natürlich enorm an Tiefe und ist ein sehr wichtiger Brief, den sich alle Mitarbeiter Gottes und besonders auch Predigers Evangeliums sehr, sehr zu Herzen nehmen sollen und studieren sollen, weil hier uns ganz klare Anweisungen gegeben werden, wie wir als Verkündigungsevangeliums, wie wir unseren Dienst gestalten sollen. Verkündigungsevangelium Verkündigungsevangelium werden. Verkündigungsevangelium